Manu, ich will einfach bis zum Haus. Guck mal, da ist das 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 Haus. Da ist das Haus. Guck mal, da ist das Haus. Oh, ja. Oh, God. Oh, ja. 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 So, ja. Oh, ja. Komplett erstaunt, ne? Komplett erstaunt. Ich wusste nicht, was zu tun ist und ich wusste nie, oh Gott. Das war echt so kack gerade. Wenn man wieder am Fenster gehockt hat, nehme ich so ein Perversling und gesagt, I see you. Und dann war der Vaterrette. So. Rechts irgendwie. Mal gucken, ob wir irgendwo rechts hoch können. Hier sieht es gut aus. Hier sieht es gut aus. So. 62, 74. Das müsste jetzt hier auch irgendwo was reingehen. 6, 6, 6. 6, 6, 6. Wir werden erst mal... Wir müssen mal gucken, wir müssen mal... sind wir bei der Hütte wieder. No, no, wir sind jetzt wieder bei der Hütte hier oben. Okay. Gut. Gut, gut. Ich gehe mal schön speichern, dann gehe ich mal ganz kurz um die Ecke und dann... würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. anstatt jetzt hier lang zu laufen. Wir gehen jetzt wieder... Wo kommen wir überhaupt hin? Oh ja. Oh ja, wir sind ja von hier oben. Oh ja, wir sind ja von hier oben. Ne, doch, von hier sind wir ja uhr hergekommen. Genau, wir gehen jetzt einfach wieder rechts, rechts, links. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir hier an diesen Stellen irgendwie irgendwo links abbiegen können. Wahrscheinlich hier und dann so, ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal, die Aufnahme läuft alles noch, tippeltappeltur, weiter, sehr schön. Ich glaube, das dann wird es nicht vergessen, rauszuschneiden. Ich bin manchmal ein bisschen flink in den Hinsichten. Gut. Ich will das Schnippel rausschneiden hier hinten, egal. Und schon beginnt das Liebespiel mit Olaf. So, wir sind jetzt gleich hier unten und dann gucke ich einfach mal, ob wir jetzt hier irgendwie, weil wir können ja, wenn wir jetzt hier lang laufen, könnten wir ja auch hier hinter. Olaf! Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Sehr schön, ich glaube, wir müssen richtig sein. Ich bin jetzt hier unten, ich bin jetzt hier unten. Hey, Ayş. Wir sind jetzt, glaube ich, hier. Zack, zack, zack. Rechts müsste ich, glaube ich, in den Wald gehen. Wir gucken bloß mal schnell. Boah, das ist, glaube ich, falsch. Boah, das ist, glaube ich. Boah, das ist, glaube ich, bei der Hochgerande. Ich glaube, wir sind jetzt hier vielleicht. Na gut, das wollen wir ja, aber nee, wir wollen ja... Ich weiß, ich bin komplett falsch. Ich laufe komplett in eine andere Richtung. Aber ich würde trotzdem immer gerne hier lang gehen. Gut. Okay. Gut, okay. Ähm, dachte hier, geht's nur irgendwie... ...irgendwo hin. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, das... So, wir laufen jetzt nochmal da anunter. Und dann gucken wir einfach mal... 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 Wie gesagt, wenn es zu lange dauert, schneide ich es raus. Keine Panik.